Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. Heute haben wir einen Giulia Quattrofolio. Das Duell hatten wir schon mal gegen den M3 Competition. Allerdings hat der Giulia 620 PS. Also hat ein bisschen was gemacht. Ich bin mal gespannt, ob der das irgendwie wieder gut machen kann. Letztes Mal war der M3 hervor. Ich bin mal gespannt. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen sofort an loszufahren. Ich bin bereit. Oh, der M3, das ist immer so gut. Aber der zieht. Ich ziehe nicht so weg. Man hat gemerkt, dass er irgendwann mal gehalten hat den Abstand. Aber der Start war auf jeden Fall für den M3. So, das Gleiche machen wir nochmal. Also der Start war auf jeden Fall besser als dem Giulia. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Ich bin bereit. Ah, Jürgen, das ist das so! Das habe ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Okay, Rolly 50 gegen den Giulia. Der 110 PS mehr hat. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das wird. Aber ich bin bereit. Und los. Alter! Was gibt es denn in der? Das sieht schon ganz anders aus, als wie vor ein paar Monaten. Das kann doch nicht sein, ey. Krass! So, das zweite Rolly 50, also der Giulia. Alter, der zieht mega gut. So, und los jetzt. So, das ist schön. 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 schwierig beide gut weggekommen aber schwierig das habe ich mir anders vorgestellt um ehrlich zu sein naja so leute das war das duell m3 competition gegen den julia quattro folio diesen unfassbaren schönen zungenbrecher aber der julie hat das für sich entschieden also dieser alfad echt brutal zugelegen muss ich sagen das war eine neue ausgabe von kreis mein name ist kamerl auf so ich hoffe es hat euch gefallen das ist ein abo da ich hatte uns gerne was in die kommentaren ob euch das video gefallen hat ansonsten bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal